Knolllö, Knolllö. Die kommen jetzt, weil sie dann wahrscheinlich wieder alle vier auf einmal. Kein Kraut. Kein Gnoll. Fragen wir mal, wie viele Tatschen denn er braucht? Ja, kommt doch schon mal, ne? Dann machen wir die, dann machen wir die Quest. Eigentlich könnte ich mal eben kochen hier. So, zack, Knolllö, vielleicht eben schnell gemacht. Okay. Wenn ich meine habe, dann können er sie ja trotzdem raus looten. Wenn jetzt hier gleich die vier Gnolle spawnen und der ist da alleine in dem Pulk, ist auch kacke. Es wäre schön, wenn jetzt hier mal noch so das eine oder andere Blümchen mal spawnen würde. Wenn man da auf die Gnolle wartet. Aber, ja, da ist einer. Ich hoffe, man hört den Bagger von meinen Nachbarn im Hintergrund nicht so. Die in mich, äh, gerade ihr Loch gebuddet bekommen für ihre Scheißgrube. Und das ist schon... Also, ich höre ihn auf jeden Fall. Ah, da sind die Knolle. Ich muss näher ran. So, Schlachtruf. Wow, der ist noch verfehlt. Hier hat er nicht... Danke. Na, verdammt. Ich hätte nicht... Ich dachte, er hätte ja alle geführt. Und, äh, so können wir mich jetzt mal eben schnell heilen. Das war eigentlich so mein Plan. Ah, jetzt hänge ich hier an so einem verkackten Berg, ey. Ah, das ist auch so ein Kotzen, ne? Dann musst du da eben Kilometer drum rumlaufen, weil du nicht die gerade Linie laufen kannst. Oh. Schafft der es? Nee. Also, ich hätte ja nicht schon gedacht, dass wir, ähm, mit Vieren klarkommen. Also, es ist ja auch, ähm, ne? So eine Vierergruppe. Hier kriegt man halt eins nicht raus. Ah, jetzt müssen wir halt noch wieder so weit laufen. Naja, irgendjemand ist einer, der... Ich weiß jetzt gar nicht, wie man, ähm, hier mit der... Mech-Tastatur... ...das macht. Hm. Willst du nicht. Nee. Äh. So. Buffhut reinwerfen. Aber einen... Nee, der kann ich looten. Also, ich hab schon gedacht, das wäre ja Blümchen, weil... ...das ist ja mein Gruppenmitglied. Ah, jetzt hab ich meinen Buffhut gefuttert und, äh, abgebrochen. Verdammt. Das war jetzt doof. Ähm... ...und die Löwenstärke einmal. So, können wir vielleicht... ...den Priester einen abluchsen. Das sind, glaub ich, doch... Aber jetzt, glaub ich, tatsächlich geschafft. Nee, den Paladin war kein Priester. Kannst du mal hierbleiben? Gelöckendol, ey. Ich kann nicht mehr tragen. So. Ich hab alle. Komm. Gehen wir weiter. Ähm... Da. Nimm das Flask einwerfen. Ist ja der jetzt gelootet. Ach, Handvoll Hafer. Ey, wir werden seit der Hafer. Hätte schon... ...länger hier holen können. So, vielleicht sind wir hier immer noch das 100 Euro Kraut. Das ist eben, waren wir ja hier ganz... ...gut bedient mit Kräutern. Aber da liegt ein toter Genoll. Sprich, hier sind wahrscheinlich auch andere... ...Leute unterwegs. Eventuell auch Kräuterkundler. Hm. Hier ist aber weder ein Kraut... ...noch ein lebendiger Genoll. Da ist auch ein Kraut. Ach, ich hab hier Kräuterkunde nicht an. So, das haben wir auch nicht. Magnus Königskraut. Das brauch ich ja... Ne, glaub ich nur für den Mannertrank, ne? Momentan zumindest. Na. Nicht voll genug, dass ich das liegen lasse. Tja, keine Gnolle. Da ist sie da. Erdwurzel. Will ich mir die auch noch eben... ...der scheint aber auch allschied zu sein. Nach dem Flags zu urteilen, den der eingeworfen hat. Da ist auch noch was. Silberblatt. Und Gnolle. Wääh? Ich gucke mal eben das Silberblatt und dann gucken wir, dass wir... Äh, kannst du... ...einzeln... ...puddeln? Da sind zwei. Zwei sollten wir schaffen. Wo ist er denn? Bis zu wen? Ah, hier ist auch noch einer. Ich kann meinen Dicken reinschicken. Aber hier haben wir ja tatsächlich ein paar Einzelne. So. Wo wir uns direkt den da. Ja. Komm. Hexer. Naja. Das hilft mir. Da schon lässt mich jetzt hier alleine. Ähm. Da. Wie kann ich im Kampf nicht? Bin noch gar nicht im Kampf. Nehmen wir das Buff-Wut. Ah, cool. Gesundheitsstein. Gesundheitsstein. Habe ich den überhaupt jetzt genommen? Ah. Paschen voll. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Aber das Fleisch müsste ich ja auch so gehen eigentlich. So. Zack. Das ist also wie ein kleiner Hailtrank. Ganz praktisch. So. Wir sagen, da hinten. Das ist zu weit entfernt. Hier sind welche. Und da ist vielleicht auch noch ein bisschen ein Verkräuter. Ich brauche mehr Wut. Habe ich da ein Interesse dran, dass wir hier lang gehen. Ja. Ich brauche generell mehr Wut. Habe ich schon überlegt, wenn ich mal Retail spielen würde, würde ich vielleicht tatsächlich mir mal Dämonenjäger machen. Also, ich finde Dämonenjäger. Ich habe mal ganz kurz mal einfach nur reingemacht. Sieht schon interessant aus. Deswegen. Das kann ich mir nur noch gut vorstellen als Wheelie. Also. Nehmen wir mal das Bleugras. Na. Was hechtet mir das eigentlich auf der Karte nicht an? Ja. Boah, tut er. Hörter Hund hier. Ah. Weicht er mir aus. Und dann verfehle ich auch noch. Und. Ich habe einen Lust. Nicht genug Wut. 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 Da weicht er aus. Ich bin noch nicht bereit. Wieder ausgeglichen. Hier hinten, da war noch die Knolle. Da ist einer. Ich bin außer Reichweite. Ich bin schon wieder Wut. Äh. Die Frage, wie viel der überhaupt noch braucht. Nein. Alter. Die scheiß Viecher. Die ziehe ich aber auch an, ey. Ja, verlangsame ich noch. Da ging es ja sogar keine Chance, ne? Ja, den Költer hier, den schadet. Ich habe noch nicht, oder? Wenn er den nicht fährt. Ich weiß gar nicht hier. Der ist irgendwo. Ich glaube, das war ein Fehler. Lass uns lieber abhauen. Nein. Blöder. Wow, wow. Das ist ein Fläschchen. Mein Bufffood. Alles. Ja, ich sollte... Das fiel mich auch noch. Boah, ich dachte gerade, der will mich hier festwurzeln, ne? So. Das war knapp. Äh. Schweren Leidenstoffverband. Ich würde es einfach echt da reinschicken. So. Ich meine, wenn das hier drauf geht, wird mir das ja schon schnuppeln, ne? Aber ich würde gerne überleben. Äh. Hey, was machst du? Warum haut der mir ab? Achso, der hat Adrug gezogen. Ich hätte ja gedacht, der würde sich einen anderen raussuchen. Ja, verfehlt, ey. Das ist kein Ziel. Ja. Achso. Zack. Es fehlt noch einer, ne? Oder? Gegen ihn einkämpfen wir noch. Wahrscheinlich gegen den da. Da wird euch mitgepoolt. So. So. Hier leider auch wieder keine Kräuter. Ah ja, genau. Der Blutpakt. Mit dem Wichtel. Praktisch hat man halt zwei Ausdauer mehr. Fünf braucht er noch. Meine Güte. Das wird aber noch mehr dauernd hier. Ich kann nicht mehr tragen. So, das kann ich mich brauche ich eh nicht. Da ist was. Äh. Das Magnus Königskraut ist hier gespawnt. Einsammeln. Für Kräuterkunde. So. Leider hatte der auch da nix gehabt. Ja. Ah da. Den hab ich gleich gesehen. Schon gewundert. Ich hab gehört, dass er was angegriffen hat, aber hier hab ich nicht gesehen. Zack. Erledigt. Kräuter. Wo seid ihr? Aber mit dem zusammen krieg ich halt so ein bisschen EP durch die Viecher, durch die Gnolle. Und ich kann hier ab und zu ein paar Kräuter einsammeln. Das ist eigentlich ganz gut. Obwohl ich vermute, dass er eigentlich auch IC hier ist, weil er den Trank da hat. Hm. Alles tot. Ehm, den kann ich ja looten. Inventar ist voll. Tatsächlich. Aber nix interessantes für mich. Tür. Ah, da ist einer. Gerade gespawnt. Los. Hopplatt. Ähm. Keiner. Kein Kraut. Und ich halt gehofft, hier wäre zumindest Kräuter. Irgendwann haben wir ja auch alles geschafft. Zack. Da hinten vielleicht welche gespawnt. Doch, da läuft was. Ja, der ist aber schon im Fight und fast tot. Da ist aber einer. Ich muss näher ran. Keine Halt nicht tun. Diese Freiheit ist noch nicht bereit. Und jetzt bleibt der Kojote auch erstmal weg. Oh, da ist wieder die Flügel. Wo wir dann schnell noch die Friedensblume nach Hause. Okay. Also ein bisschen was haben wir ja jetzt schon wieder. Damit wir unser Alchi dann mal noch ein bisschen hochbekommen. Aber ich habe jetzt mal wieder die geplätten Taschen voll. Das ist schon echt ätzend. Pionierstiefel. Bringt nix. Nix, nix, nix. Oh. Da hinten scheinen wir zu kämpfen. Habe ich gar nicht gecheckt. Dass da was ist. Okay. War nur der eine hier. Da. Da ist einer. Da ist einer gespawnt. Gucken wir uns den. Brauchen wir mehr Wut. Ja. Den blöden Geier hier weg. Oh, da sind. Oh, Erdwurzeln, Silberblatt. Da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Da will ich hin. Leinenstoff. Das war gut für unsere erste Hilfe wieder. Hey, da sind da sogar. Silber, Blatt, Bleugrass auch. Kann ich aber immer noch nicht. Ich habe immer noch keine Stufe 100 hier in Kräuterkunde. Drei Erdwurzeln. Hier kriegst du auch echt dann direkt mehr von den einzelnen Sachen. Aber Kräuterkunde schon auf 70. 71. Da hinten ist nochmal Silberblatt. Ich brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Da haben wir noch zwei von den Scheißhunden hier. Na. Wenn ich da einen Haltrank brauche. Okay, jetzt habe ich mir jetzt keine Akku mehr. So. Kann ich mir jetzt hoffentlich das Silberblatt hier holen. Wenn die Gnolle da mich nicht angreifen. So. Schön Silberblatt. Ja, guck mal. Der geht zum Bläugrass. Kann der das? Anscheinend kann der ja Bläugrass. Oder? Nee. Das ist immer noch da. Ja, hat er denn nochmal? Ja. Ja, das. Danke, Noll. Ja, die Gruppe hier noch. Dann gehe ich. So, ähm. Bei einer. Der Freund ist auch noch von uns. So. Okay. Höp. Okay. Nehme ich den hier. Ja. 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 So. Ist der erledigt. Inventar ist voll. Brauche ich mehr Wut. Äh. Ha. Nicht genug Wut. So. Da sind ja noch alle mit allem im Kampf. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Das ist ja nicht genug Wut. Das ist ja nicht genug Wut. Das ist ja nicht genug Wut. Dann kann ich mir die Friedensbume da eben noch schnappen. Hey, da kann ich ja wieder was looten. Meine Güte. Jetzt haben wir aber hier aufgeräumt, würde ich sagen. Ich kann nicht mehr Wut. Also das sind halt diese Pionierstiefel. Da hinten noch was drin. Zack. Ah, ich habe noch verfehlt. Das ist ja nicht genug Wut. Mennu. Na. So her. Schon wieder Pionierstiefel. Meine Güte. Was soll ich mit den ganzen Pionierstiefeln? Ja. Ist auch noch Müll. Na gut. Viel Erfolg. Ich kann mich hier an die D4s machen. Und eventuell noch ein paar Schweinchen. So, da haben wir D4s. Und ein Schweinchen. Äh. Taschen wieder voll, ne? Jo. Steh direkt vor dir. Wieder gar nicht weg hier. Eigentlich wollte ich... Verdammt. Da musst du echt aufpassen hier bei den D4s. Sonst hätten die nämlich direkt noch ihre ganze Bagage. Ja, parier immer nur. Weiß ich doch wenigstens aus. Kann ich auch noch, ähm, nachschlagen. Weil ich jetzt gerade den Ausdauer-Buff hier. Deswegen will ich eigentlich gerne, also ungern jetzt, ähm, mein Eichy-Zeug weitermachen. Weil es bietet sich ja jetzt an, weil ich ein bisschen gepusht bin. Geht genug Wut. Hier zu bleiben. Um weiterzumachen. Seit diese, äh... Ah, die Volksmiliz da. Feindstelle muss ich sowieso killen. Und allem. Passt auch alles. So. Schnapp ich mir die hier. Ja. Aber den Typen nicht. Wollt doch nur... Wollt doch nur sie. Ja, ey. Verdammt. Ja, ob ihr die da mit einem Gefallen getan habt, Sexmeister. Das wage ich jetzt aber auch mal zu bezweifeln. Ja, toll. Jetzt hab ich auch meine ganzen Buffs verloren. Klasse. Ach, so kotzen, ey. Dass man immer so direkt alles am Arsch kleben hat. An Viechern. Was nur eben geht. Muss das sein? Nein. Aber es ist halt so. Aber vielleicht finde ich da jetzt noch ein paar Leute, mit denen ich die Quest mitmachen kann. Eigentlich schon gerne vertickern würde. Und vielleicht auch meinen Eichy hochbringen. Die Materialien loszuwerden. Löwenstärke muss ich jetzt noch einmal machen. Den Treublut auch. Weil den Fallen im Erfolgsbeleister muss man ja wirklich nur killen. Im übertragenen Sinne. Nur. Anführungszeichen. Habe ich denn hier gar nichts gekühlt? So. Dann lass uns mal zusammen loslegen. Ich kann nicht mehr tragen. Ähm. Mal eben schnell hier alles einwerfen. Tja. Dann lass uns doch mal ein paar D4s killen. Ah, da kann ich... Ah, nee. Das war ja das, was ich über... Ups. Bisse. Muss ich da gleich Platz machen. Ah, Gesundheitsstein. Habe ich schon einen. Habe ich nur eben nicht genommen. Äh. Komm, nimm an. Ich bin außer Reichweite. Bloke mehr... Gut. Nicht genug... Ich glaube hinterher in die Niederschrank müssen wir auch rein. Kann ich noch nicht tun. Ja, jetzt schließt sie sich doch an. Ich habe schon gedacht. Die will nicht mehr. Ah, da kriege ich anscheinend auch mein Quest-Item. Ja, die muss tatsächlich an den Schrank ran. Ah, nee. Die hatte ich, glaube ich, schon, ne? Oder? Oder ist das woanders? Hm, 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 hm. Keiner da. Hm. Sind auch schon alle dabei. Aber die wollte ich halt nur in die... ...Hütte rein. So, halt auch nur in die Hütte. Ja, irgendwie ein bisschen wenig von den D4s hier. Fallensteller, Schmuggler. Wo seid ihr denn? Hier... Gehen sie alle nur in den Schrank, da die Uhr holen. Ah, da hinten ist so ein... ...Ebervieh. Okay, vielleicht endlich noch eine Leber. Das ist zu weit entfernt. Brauche mehr? Kann ich noch nicht tun. Wohin ist noch Fallensteller und Schmuggler, aber ohne... ...Wohin... ...Niemen. Woher... ...Aber woher nehmen, aber woher nehmen, keine Ahnung. Da war noch eine Leber. Da hinten ist noch einer. Äh, ich hab noch eine andere Idee. Bin mir nicht sicher, ob da hinten noch ein anderer Hof ist. Komm, loot mal eben. Ich brauch die Leber. Ja, ich meine, hier hinten, der Hof, da sind doch auch D4s, ne? So, dann haben wir das auch erledigt. Ich glaub, da sind noch D4s. Bin mir nicht sicher, ob das die Fallensteller und Schmuggler auch sind. Aber das werden wir dann gleich sehen. Hält auch blöd, dass wir wieder dieses Lederkopftuch brauchen. Hier die Dinger von den D4s. Da. Ne, Schleicher. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Äh. Brauche mehr Wuch. Die sind's nicht. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Dann nur da hinten. Äh, ja. Also den Kojoten machen. Dann machen wir den Kojoten. Vielleicht ging ja noch Kojotenfleisch. Wäre ja auch nicht verkehrt. Äh, ui, ui, ui. Die will ich haben. Das ist, denke ich mal, verständlich. So. Ähm. Ne, die ist aber schlechter. Ach, verdammt. Ich hätte gedacht, jetzt kriege ich endlich mal eine anständige Hose. Die ist aber schlechter. Na, egal. Aber das ist ein bisschen Gold. Oder ja, Silber. Ja. 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 Ah, da. Ja. Ja, hier haben wir welche. Aber für so ein grünes Item zu gratulieren, ist aber auch... Na, kommt schon. Äh, das ist Leder. Ne? Lederer, ja, brauche ich nicht. Ich habe gewonnen. Äh, ja, was machen wir dann? Tun wir das weg. Vielleicht können wir das ja sogar im Aha verkaufen. Ne? Können wir mal ein bisschen mehr von ihren Kopftüchern hier auch fallen lassen. Aber nie. Ne? Was sind jetzt denn die Alte hin? Oh. Jetzt mal hier ein bisschen mitkämpfen. So. Ja, dann rechte ich mich hier auch noch aus. Bist Kerl. Naja, immerhin. Ein seiner Kopftücher. Keiner drin, keine Truhe. Vielleicht, wenn er an der Seite wieder welche. Nein. Leider nicht. Aber hier müssten doch mehr sein. Tja, anscheinend brauchte keiner. Speedrun. Ich bin außer Reichweite. Eine Schmugglerin. Ja, davon haben wir auch schon am meisten. Boah, ey. Parieren. Nichts trifft man hier. Zu spät, aber war ein Ticken zu langsam. Ja, können wir nur hoffen, dass wir möglichst viele Leute in die Gruppe kriegen und uns dann zusammen hier eben schnell die Typen abfarben. Gucken wir nochmal hier drinnen. Defias, Defias, komm zu uns. Du brauchst aber eigentlich noch einige von den Typen, ne? Mal gucken, ob hier irgendwo noch ein Kraut oder so rumfliegt. Ach so, ach, ich hab gar nicht wieder Kräuterkunde an. Aber hier ist trotzdem nix in direkter Loot-Reichweite. Mann, 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 Mann. Also schon sehr ätzend mit der Spawn-Rad. Und dann, ich glaub, hier wird bestimmt noch mehr irgendwo sein. Ähm, bei der Höhle. Das könnte sein. Ja. Hier sind noch Defias. Hier liegen sie. Alle rum. Äh, der ist auch schon in der Gruppe. Ah ja. Leute, wo seid ihr? Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Brauche mehr Wut. Brauche mehr Wut. Ich muss näher rein. So. Oh, wieder einer weniger. Zu wenig. Boah. Also das ist leider schon sehr merkwürdig, dass hier, ähm, da einfach keine Wahn. Weil das dauert ja sonst Ewigkeiten, wenn es nur die da hinten an der Hütte gewesen wären. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Na gut. Ja, ja. Brauche mehr Wut. So, ich fordere mich noch mehr Pools in der Menge läuft. Ein bisschen Kupfer. Na ja, dann kriegen wir jetzt hier die zwei Quests, ähm, entledigt. Da war, ne, das war nur so ein Koboldstyp. Ich muss näher ran. Ah, ho. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Noch nicht bereit. Aber okay. Können wir nochmal hier Wurfhut reinhauen. Ja. Ah, ich wollte gerade drauf loschargen. Und dann habe ich die schon ge-edit. Na gut, jetzt kommen wir wenigstens nochmal voran hier. Ja. Bringt halt eh nix. Dann holen wir mal eben noch in das Buffhut rein. Na, mit dem Leinenstoff lasse ich jetzt mal noch. Könnte nämlich interessant werden. Ähm, wenn ich jetzt nämlich dann den Platz frei habe, dann habe ich da irgendeinen anderen Müll und nicht das, was ich brauche, also dass ich dann keinen Leinenstoff mehr einsammeln kann. Das wäre schon echt kacke. Kann ich mit meinem Erste-Hilfe-Skill nicht weitermachen. Zack. So, ich kann den hier nicht looten. Da hinten ist ja auch noch irgendwo einer weggelaufen. Kann den hier aber auch nicht looten. So, Fallenstiller. Davon können wir mal ein paar gebrauchen. Schmuggler sind ja jede Menge. Und ein paar mehr von den blöden Kopftüchern können die mal. Wenn das Kampf nicht möglich. So. Dann schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Vielleicht haben wir mal was richtig cooles. Ah, Heidtränke. Ah, 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 ah. Schon ein bisschen blöd. Nehmen wir die. So. Na gut. Na gut. Toll. Jetzt hab ich den... Wir können doch den Hexter einladen. Die können sich... Die können sich... Na ja, das können wir nicht einladen. Ich bin lieber noch... Halt dran. Ähm, die da... Äh, nein. Wenn ich den gewinne, okay. Bin ich da nicht. Kommt ihr mal her, Leute. Ich bin die ganze Zeit am Eden. Oh, ich hab sogar gewonnen. Wollt ihr den auch jetzt in der Tasche? Tatsächlich. Inventar ist voll. Wäre eigentlich ganz cool. Bin ich mal... Okay, ich werde nicht mehr angegriffen. Na. Komm her, du Feinsteller. Immer noch nur drei Tücher, ey. Das ist schon nervig. Hey, warum konnte ich... Achso, das war wahrscheinlich sein eigener Loot. Ähm... Ja. Ess ich mal eben was. Äh... Und Kopftücher 12. Kannst du mal hierbleiben? Ja. Und leider, wenn ich noch die... Tücher brauche. Guck mal hier, sowieso alle T-Fiers killen. Schmuckler haben die nämlich jetzt alle. So. Ach, ist da so ein blöder Kobalt hier an. Nicht im Wut. Brauche mehr Wut. Paller, die könnte ja auch eigentlich mal heilen, ne? Nicht im Wut. Brauche mehr Wut. Nicht im Wut. Brauche mehr Wut. Nicht im Wut. Ah, da scheint noch... ...e Tuch drin zu sein, ja. Ich kann nicht mehr tragen. Die Stiefel hier. Schwere Rüstung. Guck mal, die ist sogar besser. Und das weg. Und nehmen die Stiefel. So. Noch ein Fallensteller. Komm schon. Mach ihn platt. Zack. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Da werden wir ja einen Stein geben. Oh, das ist ein Dudu. Haben wahrscheinlich jetzt hier gerade schon alles gekillt, ne? Ne, das ist noch Fallensteller. Da haben wir noch einen Fallensteller. Na. Zack. Und drauf. Sein Dudu kriege ich vielleicht noch ein Kopftuch? Ja, der braucht die Dinger nicht. Jetzt glaube ich die Quest gar nicht, oder? Bäh. Mann, Kobold. Was soll denn das? Nein, das ist auch noch ausgewichen. So. Alles noch mal in der Ball. Hey! Mann, 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 Mann. Da. So, die Banane kann ruhig bleiben. Feindsteller brauchen wir immer noch. Gar nicht mal so wenig. Sieben Stück. Das ist ein Feindsteller. Gefühlt 100 Jahre später. Komm mal an den Blatt. Kann ich nämlich sie hier anscharchen. Die Feindstellerin. Zack. Und nochmal drauf. Brauche mehr Wut. Nur Leidensstoff. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Kommt ja, aber wir kriegen von diesen bösen Kobolden hier raus. Die wir gar nicht wollen. Aber immerhin auch die Defias. Oh, lass mal den Krieger in Ruhe. Achso, das ist meine Banane. Ich nicht. Ich kenne nicht, kommen hier immer Leute raus, die ich aber nie da reingehen sehe. Ja. Nicht genug Wut. Ja. Ja. Ach, komm. Komm. Ja, wieder ein Tuch. War gut. Bringst du den hier mit? Oje. Ah. Ähm. Jetzt will ich mich mal lieber ein bisschen heilen. Von denen. Ne, ist nur ein Kobold. Ah. Die laufen auch schon ganz halt hier rum. Tür. Sind halt nicht wenige Leute jetzt gerade hier, ne? Oh, da wurde aber gar noch ein Feinschläge gequillt. Ja, Kobold, kommst du her? Ey, wo läuft der denn hin? Alter. Ist ja das auch unglaublich, ne? Wie weit der rausläuft. Wo ist das Vieh? Ist noch ein Kobold. Hauptsache, der Kobold lässt die hier in Ruhe, obwohl er hier gerade, ähm, ähm, Ach. Bergbau macht, ne? Hast du jetzt mal hier beim Kobold? Noch mehr Leinenstoff. Hm. Okay. Der wird anscheinend uns. Kein Kopftuch mehr drin. Schade, schade, schade. Tja. Hier liegt so viel totes Vieh rum, ey. Na, drei Feinschläge brauchen wir noch. Aber immer noch acht Tücher. Ist hier ein Tuch drin? Ne, aber Leinenstoff. Ah, was haben wir hier? Leder. Zwei Ausdauermeer. Ihr gewinnt. Ich hab die gewonnen, aber halt nicht genug Platz. Na komm, dann tun wir eben die Milch weg. Wo ist denn jetzt mein Loot hier? Brauche mehr Wut. Na. Kannst du eigentlich nicht mal auch heilen? Brauche mehr Wut. Fallensteller dürften... Ne, noch nicht. Da sind so viele Spiele da. Komm, ich will meine einen Ausdauer am Schienen hier anziehen. So. Okay. Nehmen wir. Mal noch ein bisschen mehr Ausdauer. Zwei Fallen und sieben Tücher. Meine Güte. Ne, jetzt auch noch mal zum... Ich kann nicht mehr ausdauernd. Wow. Los. Haut wie platt. Ja. Warum ich mich, warum der Paller nicht einmal so ein bisschen heilt? Ich brauche mehr Wut. Ich kann es noch nicht tun. Nicht genug Wut. Ich brauche mehr Wut. So. Damit wieder ein Fallensteller. Diese Fälligkeit ist noch nicht bereit. Nachsoll ich mich aber auch mal ein bisschen regenerieren. Nicht genug Wut. Meine Gesundheit sieht gerade nicht so gut aus. Nicht bereit. So. Dann wieder regenerieren, wie gesagt. Oh, da ist ein Tuch drin. Das ist sehr gut. Steh auf. Hätte eigentlich auch mal ein Buff-Hut nehmen können. Ist da hinten wieder was gespawnt? Oder sind da noch andere wieder drin? Ne, da ist tatsächlich ein Fallensteller. Oh, da kann ich sogar noch looten. Also hier habe ich dann vier Quests. Vielleicht habe ich dann sogar noch mal Level Up. Den ganzen Mobs, die wir hier gerade noch kühlen. Ein bisschen Kupfer. Oh, wieder eine Truhe. Nicht genug Wut. Brauche nicht Wut. Nicht genug Wut. So, wer hat denn das Fallen vielleicht geedit? Da wieder ein Guck. Oh, sehr schön. Nicht bereit. Pariert der. Ey, den Paller habe ich nicht ein einziges Mal heilen sehen, ne? Hm, noch im Kampf? Wo? Hm. Komisch. Hat so ein bisschen länger gedauert. Vielleicht das Leder, Banane. Brauchen wir nicht. So, auf einer Stelle habe ich alle. Ich brauche jetzt nur noch die Tücher. Ja, haben wir dann wieder noch ein Tuch? Wieder so ein blöden Butler hier. So, aber eigentlich nur ein Butler. Gucken wir mal, warum der da so lange am Looten ist. Ah, Kobold über Kobold. Vier Stück noch. Kannst du mal hierbleiben? Boah, ich hasse es, wenn die so weit weglaufen. Bis dann ganz im Kampf. Ah, Schmuggler. Schön draufhauen. Schön draufhauen. So, ähm. Na, Axt. Die ist nicht interessant. Ah, ich gewinne aber auch alles, ey. Zumindest ein bisschen Geld wert. So, wieder nur ein Butler. Ich will keine Butler. Wir brauchen die Defias, damit ich meine drei Tücher kriege. Na, da hinten ist zumindest nur ein Defias. Hierbleiben. Das ist doch schon wieder hier hinten. So, machen wir erstmal die Blatt. Wenn ich mich jetzt alleine da reinstürze. Bringt das nix. So. Hopps, hat er zu passender. Ja. Da hat er recht. Ich bin außer Reichweite. Vielleicht hat er auch keinen Platz in den Taschen mehr. Rauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Rauche mehr Wut. Äh. Ne, ist ein Kobold. Inventar ist voll. Da kriegen wir einen Halt dran. Na. Ich muss näher ran. Ich muss noch nicht tun. Na. Ging da was gleich? Ne, ist nur der. Geringer Halt trank. Ja, da. Ne, rolltet aus Dauer. Mann. Schaar Äh. Hande charger.